Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem King of Spannout, den siebten ne? Oh yes, den siebten King of Spannout. Wollen wir mal hier oder hier? Ich würd sagen hier. Captain, zurück an Deck. Auf geht's! Ahoi! 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 Hauptsächlich mal das Ari-Oriana-Match-up. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen in den Mitteln aktuell. Oder was? Achso, ich dachte jetzt schon benutzt. Das ist die Pise. Ich seh Portlane Spaß, Spannung, Action. Was machen wir, wenn bis Minute 1 kann er kommen? Ja, es sind Fat Gingers, ne? Die werden auf Tiltable Solar-Sits. Hey, Jungs, ich bin an Tiltable. Ich bin in der Hülle angekommen. Okay, wenn eine Minute abgelaufen ist, gehen wir selbst für ein T-Board bei Daniel Red, ne? Jetzt. Eine Minute, da wär's ein bisschen spät. Ja, dann das jetzt. Can't kick me down when I'm already on the ground. Ja, okay. Ja, blub, blub, blub. So Red wäre ja Ewigkeiten. Du, 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 du. Ach man, Max. Du kannst auch, du kannst auch hier anfangen, ne? Solltest du es wahrscheinlich mit Ball? Ich kann den Q geben, jo. Ich kann auch unter Blue anfangen, dann kriegt der ihn safe. Hier ist besser. Dann Triple Top, Level 3 Top. Ja, aber er kann ja, also ich muss danach den Blue machen, weil wenn er danach zu meinem Blue geht, kann ich nicht zum Red. Deswegen dachte ich fang ich. Du guckst jetzt, wo er startet, wenn er beim Blue startet? Ja, wenn er, ja genau, dann kann ich es machen, klar. Dann kann ich es machen. Aber ansonsten fang ich Red an. Ja, das einzige Problem ist halt, was Max jetzt meint wahrscheinlich, ist, wenn er jetzt Red startet und direkt zum Blue läuft, dann wird er Smite haben und einfach den Blue wegsmiten. Aber, ja, also der macht auf jeden Fall Red statt. Der macht Red statt. Dann kannst du direkt zum Blue laufen eigentlich, ne? Ja, ich weiß nicht, aber der Fakt ist, dass das jetzt nicht so gut alles ist. Doch, du kannst einfach zu deinem Laufen. Ja, dann kannst du deinem Laufen. Ja, dann kannst du deinem Laufen. Ich bin einfach, ne? Ja, ja. No, Trade war, okay. Der hat auch Longsworld gestartet. Opfer. Beta. Opfer, Beta oder Beta? Beta. Er wird jetzt wahrscheinlich bei deinem Blue sein, Max, und danach dann seinen Jungle wieder fahren. Du kannst ja ein bisschen raus springen, ja. Du könntest recht, ich will auch an seinem Spot Jungle bleiben. Ja. Bitte, wenn ich da nicht vorne das Gameplay sehe, will ich die Maus immer auf Twitch sehen. Wenn die einmal nach hinten geht. Haha. Naja. 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 Oh, hier ist Alkamm. Bist du Self? Ne, ich komme nicht weg. Hast du seinen Rap-Up gehört? Kannst du machen, kannst du machen. Oh, alles größter. Wortmove komplett. Oh, so close. Ah, okay. Jetzt wahrscheinlich nur Red, nur Red, nur Red, nur Red, nur Red, nur Red. Oh, nice. Naja. Naja. Double-Kill für uns. Twitch moved jetzt wieder. Kannst du raus? Ja. Twitch ist jetzt gleich da, in zwei Sekunden ungefähr. Gibt ihr Speed? Ari ist auch da. Die verlieren halt BOT richtig viel. Wenn sie da jetzt nichts kriegen, wäre richtig nice. Die haben sogar geflasht. Die Ari hat geflasht, ne? Der Twitch, oder? Der Ari ist für den Charme geflasht. Aber Twitch auch. Also ich bin jetzt ein ganzes Level vor Twitch. Das ist jetzt mal decent, even so. Ari hat aufge... Guck dir mal die CS für uns an. Nicht weinen, bitte. Nicht weinen. Danke. Keine Sorge. Sorry. Ich hätte halt eh nicht wegrennen können, weil... Du hast gesehen, mich das Shit gewählt hat. Einmal wird's angetäuscht, links, rechts. Ich dachte, er geht in meinen Jungle. Da war eigentlich auch der Oblisten so. Das Double Buff, ne? Wir können das nicht verlieren. Wir hatten Blümer von das Level 5. Wenn ich war immer nicht. Ari, die hat Tochter geworden. Wenn es wieder geht zu deinem Wettbuff. Können wir wieder hin, können wir wieder hin. Ja. Also ich kann... Na, der wird's weiter haben. Der wird wahrscheinlich so weiter haben. Das Ding, ne? Ja, vielleicht können wir ihn locken. Achso. Achso. Jetzt verstehe ich dann. Du hast gar nicht Wettbuff gemacht. Jetzt hier. Oh. Komma. 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 Kannst du movemen? Kannst du movemen? Spätzi? Ja, ja, ja. Ich bin da auch gleich. Ich bin da auch gleich. Die draußen. Ja, mein Gott. Ja, mein Gott. Kannst du kommen? Ja, ich komm. Oh, ich brauch nur. Ich bin mit zwei Level Behind. Wir müssen nicht aufpassen. Los. Ich glaub wir hätten auf Twitch collapsen können. Bisschen zu viel Schiss gehabt in der Stelle. Hilo ist raus auf jeden Fall. Nein, ich glaub nicht. Also, ich hab mal nochmal so was. Ich hab schon alles geklemmen, was ich gesehen hab. Ich hab schon alles geklemmen, was ich gesehen hab. Noch eine Wrave potion, da habe ich Cutlass. Können wir richtig heimgehen. Aber bei einer, der Scheiß kostet 1,5. Hab ich nix gesagt. Oh, ich hab auch noch gehört. Ja, ich hab auch noch gehört. Oh, die Länge. Jop. Charis Reap. Das baut sehr mehr. Ich hab schon 150 Sticks. Ich hab noch ein Pink Ward. Ähm. Sexier, du hast gepinkt. Ich könnte jetzt hochjunglen und Top ganken. Jop. Jop. Also, wir haben uns wieder Summerserver. Weil die haben jetzt gerade wieder Heal ab. Harry hat die Lange gewartet. Ja. Freeze hier die Scheiße. Was ist das für ein Pseido-Freeze? Die Rain pusht für uns rein. Da, 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 da. Oh, ein Pink. Ich stell mal hier ein Pink an. Den können wir eigentlich immer contesten. Wann hatten der die Dinger gekauft? Jenna ist miss, Jenna ist miss. Okay, ist da. Habe ich nicht aufgepasst. Mir geht vielleicht jetzt für mein Blue. Mh, Aries Level 6 ist nicht. Ich bin auf jeden Fall Level 6. Lass dann, lass dann Hard Force, wenn ich 6 bin. Ja, komm morgen. Wenn der Schildsäck ist, geh ich jetzt über Agro. Jo. Lass dann durchziehen. Na, wird Schiss haben. Ich brauche nicht mehr einen Spinn. Ich kann jetzt Top kommen. Ja, aber ohne Sinn. Also, wenn Aivan da ist, dann kriegen wir das. Ihr seht alles, Aivan auf jeden Fall. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ja, ich bin relativ stark. Okay, ja, dann. Danke, Pink. Ich bin da. Aivan ist Top, ne? Jo, Aries auf wieder Mitte. Bleib in der Nähe. Bleib in der Nähe. Okay, noch so. D-Rave damit ich 6. Ach immer, wenn du mein Schild haben willst, okay? Jo. Okay, ich geh jetzt Abo. Okay. Okay. Psychophäische zu machen. Aber hat das gemacht, haben wir auch nicht. Ich glaube, ich komme, ich habe mich, ich habe mich. B, Los, Sche. Einmal, immer noch Top, ne? Ähm, ja, ne. Ja, 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 ja. Ja, ne, ja, ja, ja. Wir können halt Bot theoretisch bald ein Livephorzen, wenn ihr da aber in der Möglichkeit seht, ich hab 210 Sex, ja ich krieg 500 Gold. Das wäre auf jeden Fall irgendwie worth, aber ich kann halt von mittlerweile nicht viel machen. Ja ich kann das. Ihr seid nur auf jeden Fall aufpassen, dass Ari nicht irgendwie Bot kommt, das wäre halt so das Schlimmste. Ich bin leider relativ behind. Nein. Wobei ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn die andere Lanes pressen, weil wir sind auch 2v2 Evil Ahead. Und wenn ihr kommt, ist quasi auch Ivan Air-Bot in der Nähe. Der ist wahrscheinlich gerade hier irgendwo, wenn der Ivan... Er könnte schon mein Red gehen. Ja, dann würde er jetzt mein Red holen. Nee, ich support es hier. Twitcher 6. Hier ist er. Komm, hat der Flash? Wir wollen uns kollapsen, lasst ihr fighten, Kutcher. Ich glaube. Okay, mit sein keine Ult. Ich komm zu euch, Botlane. Komm da hin. Okay, Ari keine Ult mehr. Twitchflash. Twitchflash in der Ult. Pass auf, du bist super long, ne? Nein, nein, nein. Ich hab ja meinen... Ich bin relativ boom. Wenn der Ivan Red zurückkommt. Naja. Wir machen das, der V2 ist alles fein. Ich warte. Kann halt sehr gut sein, dass er jetzt zu meinem Red kommt. Und ich kann da, glaube ich, nichts gegen machen. Könnte mich sogar... Oh, sieht der aus, dass er nicht basen würde, wenn der was probiert. Ja, das stimmt. Ja, der ist schon weg. Holy shit. Wir kriegen auch guten Damage an Tarots, also. Oh, Ari hat da gut auf. Wir wollen das probieren, ja? B2S. Hat die gerade Lubav bekommen, die Ari, oder ist? Ja, aber der kann... Der kann länger da liegen. Der kann länger da liegen. Scheiße, ich bin tot, glaube ich. Komm, ich komme. Geht noch ein shit auf dich. Was war das denn? Der hat geflasht. Der hat geflasht. Ich habe ja noch... Der Ivan? Müssen wir aufpassen, ne? Ähm... Ja, geflasht. Ja, geflasht. Ja, geflasht. Wir können auch den Kollapsen vielleicht. Der schnell acht holen die Schütte, ne? Ja. Mehr Space. Oder? Ja, no. Oh, zack, dass mein Ping so hoch ist, sonst könnte ich noch viel mehr Pressure haben. Oh, 25 ist der erste, ja? Wie hinter mir? Ja, das wäre noch mehr. Ich muss mit der Base. Das ist echt ärgerlich. Also ich habe halt massiv, wenn ich jetzt nicht sterbe und einmal einen Kill kriege, kann ich das Game komplett carryen. Gibt es lieber einen Sieg oder einen Ardend haben? Mh... Ardend ist besser, oder? Ich glaube, ich würde lieber Schieds haben, um ehrlich zu sein. Also healen tue ich mich auf jeden Fall genug. Was ist das eigentlich Top-Move? Könnte ich bleiben? Nee, Sieg's oder Ardend? Ja. Naja, aber ich würde zu Laris und Dings muss erstmal... Ja, das sowieso. Dann lieber Sieg's. Können wir Botlayer starten? Wie gehen Base? Wir können den Ranks machen. Seid neuer Ranks. Jax ist gerade. Geht wahrscheinlich hier. Weißt du, wo Ardis ist? Wir können meinen Top-Jungle vielleicht gerade nehmen. Ja, aber dafür brauchen wir eigentlich nicht beide Solo-Leuner. Ja, ne. Ich kann das ja halt machen. Ich denke halt, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die 4-5 Mann ein Botlayer Sandwich machen wollen, um die Stacks zu klauen. Können wir gleich früher machen? Da brauchen wir halt irgendeine Antwort drauf. Dann Jacks auch wahrscheinlich. Ja, der wird Backup haben. Ah, der ist auch wieder bitte. Der bist du da bitte. Wir haben Zeit, aber... Ich geh mal gleich, würde ich sagen. Heute gibt Protobald. Ich kann da noch mal ein Blue. Ja, ich kann da noch mal. Was auf Jacks auch? Wir können da nix machen, glaube ich. Also, ich versuche jetzt hier was zu machen. Ja. Aber ich bin halt super, super behind. Die Snowballen mich richtig hart, weil die halt auch den Solo-Lanes-Fresure haben. Ja, wenn wir Top-Seiten, ich kann die Boren, ne? Können wir hier was machen? Wir passen, das ist echt nicht gelöst. Ari-Mitte. Wir sind 2-2 immer noch deutlich, deutlich stärker. Okay, das ist nice. Wir haben eine Push-Alan. Wir Ari kommt zu mir. Ari kommt zu mir. Du musst da raus, du musst da raus. Ich bin noch nicht da. Ich bin noch nicht da. Nice. Safe? Will das raus, oder? Ja, will das raus. Kann move'n, aber da gibt's noch nix mehr. Backstab mess. Oh, jetzt muss ich sogar back. Also, es ist echt nicht gut für mich alles. Bin halt jetzt. Einwand, Bots-Side. Einwand ist beim Grump. Ich kann nicht... Oh, ist das Elberlich. Einwand geht Base, einwand geht Base, dann können wir Pressuren. Der ist fites Invis wahrscheinlich irgendwann. Ja. Okay, Rekord ist durch. Was an den Tower drücken, erstmal. Ja, der Tower ist auch langsam los. Wir können auch natürlich einen Tower, wenn man es gibt. Ja, top hinter dich TP'd. Wo ist Ari? Wo ist Ari? Der ist Katniss. Sorry. Ich geh, ich geh kurz worden. Der hat die Wave rausgepusht. Wir markieren Ward, aber ich geh kurz die Kopp. Kannst du da noch Warden, Max? Äh, ich hab kein Ward. Ich kam von oben. Ich hab auch fast das Jungle Item gekauft. Aber ist gut, behalte das einfach. Ist ja auch ein bisschen. Ich hab mich gesehen hier. Äh, einwandes Bot Jungle beim Grom. Ari auch niss. Was ist hier? Der Blue ist noch da? Ja, die wollen Bot Lane auf jeden Fall was machen. Safe call. Ja, ich glaub aber auch. Der hat ihn die Länge pingt. Er hat ihn die Länge pingt. Lass gut ausmachen. Okay, dann lass, dann lass, Max nach dem Blubuff. Geht runter und kommt zu euch. Ja, ja, die klirren beide, die klirren beide Büsche hier. Okay. Dann würde sie die Lens liegen wollen. So ein Schocker, wenn sie aus meinem Haus bischen kann. Oh, Ari hat Grad Level 11. Er ist echt toxisch. Ja, sie zieht runter. Ja, Ari zieht runter. Ja? Oh, die ist grad hier. Okay, dann lass sie weggehen. Dann lass sie weggehen. Dann lass sie weggehen. Oh, fuck die ist hier. Brauch Hilfe. Ja, komm ich zu spät. Kommst nicht zu spät. Wenn die weiter chasest, wird die? Ja. Die ist um, oder? Ja? Der, 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 der. Was ist auch? Lax könnte vielleicht hier kommen. Ah bin es. Ah man ist hier. Die wollte nur mitnehmen, bot. Arjaxああ, top. Bin da. Ich weiß nicht, ob wir 3 gegen 3 gewinnen. Aber das wird jetzt schon. Nein, nein, das können wir auf keinen Fall. also er hat hier über die gut aber ist nicht gekommen ich habe mitte durchgepust aber er kann hier nichts wollen wir können auch einfach macht das vielleicht sind dass wir top forsen vier mann dive oder so dass wenn wir jetzt die stacks kriegen ist alles 1000 gold 1.000 gold wenn ich ihn kriege jetzt top jetzt top jetzt top vier mann top das ist ja gut was er macht ja so weiter aggressiv vielleicht habe ich seit voll tank aber sollte passen okay ich komme auch richtig topside vielleicht im pink sitzen kann oder so versucht mir den kill zu lassen ja habe ich habe ich 940 extra gold gekriegt die wollen vielleicht kann passen lassen oder naja ich habe mir gedacht dass sie hier vielleicht schrecken eigentlich luxus problem unbedingt so lang muss ich hätte auf jeden fall erst mal eine ananas pizza bestellt aber wir müssen jetzt aber gleich mal base ich habe halt so viel asche jetzt gerade ich habe alles auf holen und viel zu viel cash ich habe die kammer noch bekommen ja die man glaubt wenn ich den stil ich mache mit ich habe auf die minimap geschaut und erwarte ihr braucht noch so lange ich bin bottert holen wollen bei wie viel bei 900 bei 900 close 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 die klinge bottert vielleicht aber die müssen base die müssen das dann einfach return to it wollen jacks proxy fahren also wenn jetzt das kommt der kutcher wenn jetzt was kommt der hat noch nicht mal bleibe der junge ich bin so gekommen willkommen willkommen muss flash die wollen mich jetzt habe ich schon lange fleisch jetzt müssen wir aufpassen die wollen uns gelösschen gleich da ich bin gleich da ich habe noch kuckoo und scheiße aber vielleicht noch nicht aber dies war so harry spieler so hat und er hatte auch kein mana mehr ich kann weiter push nicht krieg, lifesteal good job hat er geflasht, ich glaube er geflasht wenn du nur noch Tubby scales dann kannst du auch Leand hier das slow den holen ruhig leicht ja ich glaube dein chant wird eh nicht die entscheidende rote spielen in dem game und dann lieber den extra slow eieieie ah fuck ich sollte gerne zuerst den ein oh guck mal hier 400 gold habe ich skimmelt ja ich glaube was du brauchen wirst ist hier auch achso du gehst ja skimmelt in den armen, stimmt ja easy jacks hat echt ein problem der macht netten damage auf jeden fall ein bisschen aber warte ich werde ihr müsst wahrscheinlich hoch gleich mhm 2v2 sind wir halt insane viel stärker also 2v2 bomben wir die komplett auseinander oh fuck jetzt ist auch da hier komm mal aber aric kann vor mir sein komm ich komme ich komme komm ich komme ich habe die wave geklärt 10 sekunden 10 sekunden ich habe jetzt erst die welt bekommen alle einzelne ich mache ich mache ich bin halt super fett aber ich mache echt gar nichts gegen den jacks ist ziemlich ja aber ich meine axt macht ihm 200 und er macht mit einem auto attack 500 oder so ja mal gucken mal gucken wir sind halt gerade alle einzeln gekommen ja wir haben ein bisschen schlecht getimed fünf sekunden schneller gewesen wir haben gerade ca 7k gold wir müssen irgendwelche türme versuchen zu traden mhm auch wenn irgendwo einer stirbt scheißegal einfach irgendwo pushen also sex hotland ist relativ low hafurt spielen ja wir müssen irgendwo anfangen zu traden die dinger und wenigstens ein bisschen global gold kriegen machen die gerade ein Nash ist das ich werde jetzt so viel global gold der ist nur 1000 gold hinter mir obwohl ich 1300 passive gold habe ja ja das ist ich habe halt insgesamt viel global gold ja mal gucken ob wir da auch mal dran kommen das ist supi ich habe ja keine chance wollen die waren gegen jacks ja ja halten kann ich auch von diesen dingen die gehen hier vielleicht die wollen für mich seid ihr bot wir haben jetzt zu dritt bot sein man die baron ja die wollen baron ich komme ich muss das machen können ja 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 ich muss schon baron ich bin auf dem weg 8k 8k na Twitch ist auch bot Twitch ist bot die sind nur zu dritt die sind nur zu dritt aber der die ari hat zu viel ne denkbar die ari hat geultet Twitch auch ari kommt hier nice boah hätte ich mit der Twitch gerechnet hätte ich das über spielen können alter scheiße man die pushen jetzt bot land ja der ist downed tot mit reinpushen fuck ey ich habe nicht mit Twitch gerechnet dachte weil die baron machen ist der Twitch irgendwie da aber war nicht ja also ich glaube wenn Kutscha und ich halt zusammenlaufen können wir halt wirklich alles Tobi tun naja aber die Phase ist ok wir müssen raus die kommen von Bord vielleicht Twitch ich meine nur so prinzipiell ja die kommen Bord ich weiß dass das ein Twitch ist die ist ein Twitch bringe ich wieder da ich bringe ich wieder da Blacks kommen von links Blacks kommen von links ok sorry ja ich dachte die wollen den Gretchen wir können halt instant wieder nashgayen ich geh auch auf Blue Trinket aber das Ding ist ich glaube wir dürfen nicht so viel angst haben wenn wir jetzt nämlich safe spielen dann werden wir sowieso outscaled also wir müssen jetzt gucken dass wir mit meinem Feed irgendwie versuchen wenigstens irgendwas zu machen oh wir können das gerne gucken die sind schon am Baron ne ja ich hab Blue Trinket noch nicht in Range ja aber die sahen gerade eher so aus als wenn sie ja doch die kann das so gut machen 5k 5k ok wir müssen Jackslam Shimmer haben die abgebrochen die sind super low lass das fighten 1k ja wir müssen jetzt was versuchen wir haben halt keine Shockwave und ich hab keine Ulti da kann ich fighten was dann? aber ist alles klar das fack das Game joh joh ok die werden bitte kommen ich muss auch ein bisschen aufpassen man trifft ein point oh ne aber mein hier ist niemand immer Hunt Reiger wahrscheinlich oh so sad was ist da? wir sind bei grills last hätten ok mit ja alles sustain wenn du willst aber riecht mit mir und Stamage auf jeden fall Nimm du ruhig. Ja, hier ist Ivan. Ich habe ein Schild für dich. Ja. Ich habe einen Twitch. Ich glaube, jetzt kann ich den nicht mehr umgehen. Wegen Exhaust. Na ja. Wir sollten auf jeden Fall groupen und gucken, ob wir irgendwas forsten können. Ja. Ivan hier? Können wir den vielleicht catchen? Ich bin, ich wäre super. Geht, ich glaube nicht. 1.900 HP. Aber der hat nicht so viel. Die kommt top, die kommt top, glaube ich. Die haben wir gewordert. Ja, das ist Jacks. Hat das wahrscheinlich drüber? Jo. Hier ist gewordert. Achso, ist gespielt, oder? Nee. Ja. Da war kein Volt, also. Die sind gesplittet gerade. Ja, bleibe ich mit. Gucken, ob wir da vielleicht sogar reingehen können. Können wir oben reingehen? Ari hier. Kann ich bestätigen? Da haben wir im Gesicht. Achtung, hier kommen noch zwei Solar. Oh, shit. Ja, ich dachte, ich kriege sie irgendwann. Der Schwarm nicht gut. Ah, die kommen wir sonst einmal komplett weg, ne? Ah, das war bad. Sorry. Aber ich dachte, einmal probieren, geht lieber nichts machen. Ja, aber wir mussten halt was probieren, ne? Ja, das ist irgendwann nicht. Ja, das ist irgendwann nicht. Schade. Ich habe auf den random Crit gehofft mit 20%, aber er war nicht da. Ja. Always believe. Cool aus. Nein, sind actually low. Ich bin echt leider da. Der nächste Sekunden ab. Ich will ja nach der nächsten Sekunden ab. Okay. Netter Damage. Ich fühlte mir so vor, als ob so ein Jacks einfach jedes Alte mit dem ganzen Shop bilden kann, was ihm schaden macht. Ja, aber das selber mache ich mit Twitch, wenn ich an ihn reinkomme, ne? Ja, klar. Oh, Scheiße. Ja, der fickt mich jetzt komplett weg. Ja, wollen wir, wollen wir... Ich komme auf den vielleicht. Ja, vielleicht probieren. Komm, let's go. Aber ich glaube, du musst weg. Ja. Der ist hier locker schon. Ja. Ich bin bereit. Meine Finger ist auf N-Gage. Meine Finger ist auf N-Gage. Oh, hier war ein Blut. Komm her, du Opfer. Komm her. Nee, der kommt nicht. Da war ein Blut. Pussy. Wow. Da ist noch eins. Jo. Ja, die kommen aber gerade her, glaube ich. Ja, die kommen bitte. Echt? Oh, Moment. Da war ein Mord. Ist gerade ausgelaufen. Hm. Wechsel bitte mal auf den großen Zweifer, Max. Ja, ja. Nee. Schon aufgefallen. Bis hätten's. Moment. Also stimmt, das einzige Tank-Item von Jax tatsächlich. Hm. Holt es raus. Opfer. Hat der falsch? Ich hoffe, wenn man das mit hat und demotiviert war. Ja. Jax ist da. Abbruch. Nix Abbruch. Ja, das einfach versuchen wir mal, wenn wir zu fighten sollen. Das ist unser einzig Toll. Wenn wir noch einen Inflopfen lassen, dann das E-Rip. Ja, wenn wir eine geile Oriole tippen, gehen wir einfach rein. Oder ich vielleicht nicht. Ich hätte in 500 static, aber warten müssen wir jetzt nicht. Twitches Invest. Oh. Premium. Ne? Einfach Invis getroffen. Nice. Inbot. Jax splittet jetzt. Einer von euch wird durch seinen Krieren ein bisschen oben. Oh, oh. Reiß. Da bist du fuckwollt, mein Freund, ne? Ja. Da oben hat er einfach gepastelt. Ich bin super low, ich kann nichts machen. Keine Chance. Ja, keine Chance. Einen Locker von Ei, weil ich bin tot. Ja, die sind einfach viel zu erhält. Jetzt gerade leider. Schade, man. G, G to the WP. G, G. Ja, beim nächsten Mal schnappen wir es uns. Mal schön reinbuttern. Ja, das Game war auch von meiner Seite überhaupt nicht. Passiert. Mit der Fischung weitermachen.